herzlich willkommen zu deinem adventskalender mein schatz das ist das was ich mir einfallen habe lassen eine sache von zwei und ich habe mir gedacht ich mache dir einfach jeden tag so ein kleines video so eine art podcast und dann weißt du jeden tag wie es mir geht und du denkst jeden tag an mich du siehst wie ich ausschau und ja unterstützen wir mich dabei der hier blöde kamera ja was haben wir heute 1. dezember erster tag ich habe schon mal ein video gemacht allerdings ist das soundtechnisch nicht so gut geworden videotechnisch zwar ziemlich gut aber du verstehst nichts und deswegen werde ich dir das vielleicht irgendwann mal schicken vielleicht mit untertiteln was weiß ich ja was war heute nichts besonderes bisschen uni war eigentlich ganz okay gut weitergekommen heute abend geht pokern sonst noch eigentlich nicht recht viel ich vermisse dich wahnsinnig ich freue mich immer über deine sms ich bin mir nicht sicher ob meine sms ankommen aber das sagst du mir dann einfach wenn überhaupt schon welche angekommen sind ja ich wünsche dir eine gute woche heute ist dienstag noch gute drei tage dass du dich gut einlebst noch spaß mit den däninnen hast und ja mal schauen wie das hier noch so wird ich hätte noch was anderes aber also als adventskalender aber da muss ich mal schauen wie das funktioniert ja ich bin gerade am kochen übrigens ich mache gerade die pfanne heiß und jetzt gibt es dann schwäbische spätzlepfanne es ist zwar erst halb fünf aber ich habe hunger ich habe immer hunger kennst mich ja und ich finde es gerade total geil mit der kamera rumzuspielen und mich selber so zu sehen und ja ich hoffe ich hoffe einfach du hast eine tolle zeit ich vermisse dich ich liebe dich mach's gut